Musik Ja hallo und herzlich willkommen zu dem sechsten Part von Oddworlds Apes Odyssey New and Tasty So wir fangen heute mal ganz frisch an die Uhr ist gestellt Das heißt heute wir sind ja immer noch in der gleichen Aufnahme wie von Part 3, 4, 5 und 6 Nur ich habe das ein oder andere Mal heute eine kleine Pause gemacht Jetzt gar keine, jetzt quasi sind es gerade mal 20 Sekunden zwischen den letzten Part und dem jetzigen Das also was ich gemacht habe ist nochmal meine Aufnahmeprogramme neu gestartet Damit auch alles jetzt schön zeitlich angezeigt wird Und ich euch gegebenenfalls nicht zu früh in die Pause entlasse Beziehungsweise in die, ja weiß ich auch nicht Nicht zu ein, keinen zu kurzen Part anbiete, so ist es richtig Genau, jetzt laufen wir hier mal durch Und behalten weiterhin, äh, natürlich Die, äh, Falltüren im Auge Ich hätte jetzt so keine großartig gesehen Es könnte aber sein, dass hier immer noch irgendwelche kleinen Falltüren im Boden hängen Ich schaue nochmal ganz kurz nach 47 haben wir gerettet, das heißt 23 gibt es noch Zulag 2, 3 und 4 waren wir immer noch nicht Hm Ja vielleicht kommen wir da auch erst später hin Ich bin mir nicht sicher Ich weiß nur, dass ich jetzt hier, äh, 23 zu retten habe Ne Quatsch, da stand ja, ähm, lasst mich kurz überlegen Äh, was ist das denn? Achso Da stand, ja Ich weiß nicht, was ich sagen wollte Ne, da stand ja 64 vorhin noch Und wir müssen nur noch 23 oder so ein Quatsch Also 70 gibt es insgesamt Ne, wie viel haben wir denn jetzt? Ich schaue nochmal gleich bei der nächsten Tafel nach So, ich schaue nochmal kurz hier auf den Boden Habe ich dir vielleicht irgendwas übersehen? I don't know Ja komm, weiter geht's Genau, hier haben wir die Ape Wanted Geschichte Hier haben wir das Hier haben wir wieder einen Speicherpunkt Ich komm runter mit dir Nö Achso 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 Ich bin nämlich gerade an so einer Geschichte gescheitert Die einfach nur langsamer geworden ist So, was ist denn nochmal hüpfen? A war das, alles klar Manchmal, ne, hab ich so einen kleinen Blackout Tada Speichern Speicherli So, 47 haben wir gerettet Genau, 70 gab es Ja, da haben wir nicht mehr ganz viel 23 Stück, die wir hier noch irgendwie retten müssen Und wir schauen nochmal ganz in Ruhe Ob wir hier nicht vielleicht doch wirklich einen Geheimgang noch haben Aber ich meine, ich hätte gerade keinen gesehen Ich bin ja, glaube ich Hier habe ich ja euch quasi weggelassen und bin zurückgelaufen Und dann bin ich quasi sofort in die erste Falltür rein Die mir dann entgegengekommen ist Drei Stück erst Aber ich muss doch irgendwie trotzdem 23 Stück finden Hm Mysteriös, äh, mysteriös Aber, äh, mal schauen, ob wir hier was sehen Ach, die Falltür hätte ich doch doch garantiert gesehen Ja, ich werde dann einfach gleich nochmal kurz Ganz unten gehen Nee Nee, nee Hier gibt es keine Falltür Okay, das hat auch so keinen Sinn Dann nochmal zurück Ja Müssen wir mal ganz genau schauen Wo wir uns denn Nochmal Nach einer Falltür Äh, umsehen können Ich glaube im Keller halt quasi Nicht im Keller, sondern, ähm Da, wo es, äh, nach draußen geht quasi Ich weiß nicht, ob das schon Zulag 2 war Oder ob man, äh Hier irgendwie generell noch Während man, äh, hier in der Retrofanz ist Zu den anderen Zulags kommt Ich weiß auch nicht ganz genau, was diese Zulags Überhaupt bedeuten Ehrlich gesagt So, die Geschichte ist Nicht komplett deaktiviert Da muss man aufpassen So, hier gehen wir auch nochmal durch Und, ja, wir müssen jetzt hier runterfahren Also ich hab jetzt nichts mehr gesehen Ich muss echt, äh, da wirklich ganz genau aufpassen Wahrscheinlich ist es ja auch noch nicht mal Die einzige, äh, ja Geheimtür, die wir haben Aber hier müssen wir auch nochmal gucken Ob vielleicht irgendwelche Sachen Ein bisschen verdeckt werden Weil das sind meistens dann Anzeichen Für Geheimgänge Also hier haben wir nichts Hier sind nur die Zutritte verboten Also der hat gar keine Ahnung Was ich versuchen könnte, ist Das Ding da eben kurz zu zerstören So Dann werde ich da mal drauf ziehen Okay, noch ein bisschen früher Vielleicht kann ich ja in irgendeiner Form hier irgendwas übernehmen Durch meine Meditation Nö, 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 nö Das ist es also nicht Das ist es also nicht Was mir eigentlich auch auffällt Ich glaub, es gibt auch, äh Manche Orte, die muss man durch Springen Quasi erreichen Ne, hier kann ich auf jeden Fall nichts machen Nach unten kann ich nicht Ich kann nur nach oben So Hier haben wir die Geschichte Hier können wir nur zu dem Granate zu werfen, ist klar Habe ich ja gemacht Aua Ja, nö Achso, wartet mal Das ist natürlich auch nochmal eine Idee Okay Okay, hier stirbt man sofort Wo komm ich wohl wieder? Habe ich mir da oben den Checkpoint geholt? Ich hoffe es mal Jo, hab ich Ja, ich werde mich jetzt trotzdem nochmal runterbegeben Achso, was ist das denn hier? Hier kann ich nichts machen, alles klar Das heißt, ich muss hier nochmal runter Hier geht's zum Lager Wenn du entkommst, sterben alle Ah, Arbeiter, dieser Schicht Das ist das Warnschild Ah, da muss man natürlich auch mal Aufpassen und lesen, ne? Wer lesen ist, ist klar Am Vorteil heißt es ja, ne? Gut, alles klar Hier kommen wir anscheinend auch nicht weiter Ja, da müssen wir doch wohl ein bisschen suchen gehen Aber ich hab fast die Befürchtung, dass wir uns hier Dann wirklich Also ich weiß dann echt nicht großartig weiter, wenn ich ehrlich bin Ich weiß auch nicht, auf was ich jetzt noch achten muss Ach, das Ding schickt das andere Teil wieder runter Ja, wir müssen hier echt noch welche finden Ja gut Dann halte ich doch nochmal die Augen offen Aber ich will euch jetzt diesmal nicht wieder wegschicken Wir werden jetzt diese, äh, äh Wir werden jetzt diese, äh, Folge komplett eiskalt durchziehen Das heißt, ähm, ja Wenn es dann hier wieder am Ende keinen weiteren Modokon mehr zu retten gibt Dann müssen wir damit leben Ansonsten werde ich natürlich für die nächste Folge Das heißt, sprich, Folge, boah, ist das sechs oder so? Was ist das für eine Folge? Da werde ich dann natürlich, äh, mir wieder überlegen Wie wir hier weiterkommen So, aber mehr als zurückgehen kann ich auch nicht Wobei, äh, ne, ich bin Wenn ich in den Falltür war War, ja genau, wenn ich in den Falltür reingekommen bin Dann war da aber meistens nichts mehr Hier, aber ich meine, ich hab noch irgendwo Muss man hier manchmal noch hochspringen Und dann gelangt man an irgendwelche Orte Die man nicht unbedingt erwartet hat Hier ist es anscheinend aber nichts So Scrapcakes Aha Das bringt mir hier auch noch nichts Deaktiviere Bomben Hier ist auch nichts Also hier war ja letztens auch noch so ein, ähm, anderer Mudokon versteckt Den man nicht so gesehen hat Hippe, während du still stehst Was bringt das? Ich finde die, die Tipps, die, äh, manchmal so, äh, kurz eingeblendet werden Bisschen zu kurz eingeblendet Die sieht man nicht wirklich Hm Das hat sich auch noch mal zerstören können Vielleicht hab ich hier sogar noch eine Bombe am Start Ähm Ne, hier kommt man nicht weiter So Ich wurde einfach weggesquickt Ja, die Bomben bringen es zuerst mal noch nicht Ja, Alter, ey Ja, schau ich hier nochmal rein Schauen wir hier nochmal ganz genau rein 23 müssen wir noch Zulag 3 Zulag 4 Hab ich das schon mal irgendwie Ne, das ist Genau Wir können nämlich erstmal nur zu Zulag 2 in irgendeiner Form Und von Zulag 2 Können wir dann in Zulag 3 Und von Zulag 3 in Zulag 4 Und da sind natürlich auch die ganzen Äh, äh, Mitarbeiter in irgendeiner Form Vertreten Aber Die Tür ist da hinten verschlossen Genau Ich fahre mit diesem runden Teil zu Zulag 2 Aber ich komme in keinen Raum rein Moment mal Warum bitte man da hinten bei diesem Aufzug Beziehungsweise nicht bei diesem Aufzug Äh, zwischen Zulag 1 und Zulag 2 So eine komische Verbindung angezeigt Als wäre da irgendwie noch eine geheime Tür Hm Werden wir gleich mal untersuchen Ne, hier waren wir ja eigentlich schon Hier habe ich alles untersucht Ich bin so mal zurückgegangen Gesundheit Ja, ja, ich weiß ja auch schon Ne, komm Das versuchen wir jetzt mal Ich gehe nochmal ganz so weit zurück Und dann, äh, weiß ich ja Vielleicht ist dann auch schon die Zeit, äh, gekommen Dass ich euch schon wieder verabschieden muss Weiß man nie Aber hier scheint mir erstmal nichts mehr zu sein Aua Früher gab es nochmal so ein geiles Geräusch Wenn man da irgendwie gegen die Wände gelaufen ist So ein richtiges Aufprallen Und dann so ein, so ein Stöhnen von Abe Das war ganz lustig immer Oh Geil Guck euch das mal an Okay Man kann nämlich, wenn man noch, äh, die R2-Taste gedrückt hält Ähm Andere Ja, andere Wörter Und Gesten Machen Habe ich vorhin mal in einem Menü gelesen Das geht Das geht so Ne, das geht gar nicht Das ist kaputt So, hier nochmal warten Und zack Hier nochmal warten Und auch nochmal zack So Let's go Ach genau, wir müssen hier weiter So, warten wir auch nochmal hier kurz Kurz Ja, da waren wir zu schnell War ich eigentlich zu schnell Aber ist ja nicht so schlimm Wir kommen jetzt ja hier sofort wieder Zu, äh, der Stille Achso, die sich sowieso langsam Alles klar So Auf die Plätze Und Los Moment mal Was ist, wenn ich hier weiter springe Vielleicht komme ich ja hier nochmal irgendwo hin Ne Mh, ja Hier kann ich nichts machen Hier kann ich überhaupt nichts machen Ne, ne So, ab rein Und dann müssten wir eigentlich War es denn jetzt hier schon Ne, ich meine Wir gehen hier durch Und müssen Ja genau, hier ist auch die 1 Ah, jetzt verstehe ich auch Jetzt können wir fahren Wir nämlich dazu Zulack 2 Was mir eigentlich fast schon gegenüber Äh, vorkommt Und nicht da drunter Aber vielleicht ist die Karte auch nur so Konzipiert worden Dass man das halt Irgendwie dann auch so machen musste Weil Es ging halt nicht anders Hier wird mir angeblich Angezeigt Dass ich nach unten gehen könnte Hier öffnet sich das Die bleibt aber zu Hm Ja, vielleicht muss ich ja auch erst da durch Und dann kann ich jetzt irgendwie weiter Ja, hm Das ist natürlich jetzt die Frage Die hier jetzt alle beschäftigt Vor allem mich Ähm Ja, ich glaube Die Frage müssen wir echt In der nächsten Folge klären Ich sehe gerade schon Die 15. Minute bricht Auch schon an Ähm Ja, haben wir jetzt heute was Geschafft Ich bin mir gar nicht sicher Ich glaube Den einen Modokon konnten wir retten Jetzt sind wir natürlich wieder gefragt Wie geht es weiter Dies werde ich mit euch Beim nächsten Mal klären Ähm Ich hoffe ihr hattet auch wieder Spaß Genauso so wie ich Ich fand es jetzt nicht so schlimm Dass wir mal ein bisschen was gesucht haben Kann ja nicht immer alles auf Anhieb klappen Ähm Genau Wir sehen uns also dann Ähm Morgen wieder Beziehungsweise Wenn ihr jetzt wirklich noch Erst später dazu gestoßen seid Dann auch schon gleich Äh Für mich Wird es aber glaube ich Heute auch zu Ende gehen Also habt ihr es sogar besser Ihr könnt sofort weiterschauen Und ich muss auch einen Tag erst warten Na gut Kurze Äh Lange Rede Kurzer Sinn Äh Ich verabschiede mich Wir sehen uns morgen wieder Bis dann Tschüss Bis dann Tschüss Bis dann Bis dann